Hallo, mein Name ist Christian. Wir befinden uns heute hier in Gabsen vor einer WIRT24 Niederlassung und wollen euch in diesem Video einmal erklären, wie funktioniert WIRT24 überhaupt. Mit WIRT24 hast du die Möglichkeit, rund um die einzukaufen, wann immer du möchtest. Ganz egal, wann ihr eure Ware braucht, ob früh am Morgen oder spät nachts. Der Ablauf ist ganz einfach und ist immer der gleiche. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Handy und die WIRT-App. Mit dem QR-Code kannst du dir ganz einfach Zutritt zur Niederlassung verschaffen. Dasselbe gilt für den Eingangsbereich. Wenn du alles richtig machst, öffnet sich beim Eingang die Schranke. Sobald du im Shop bist, kannst du deine Ware ganz normal aussuchen. Um an die Kasse zu kommen, musst du den QR-Code wieder an das Lesegerät halten. Neben der Kasse kannst du deine Einkäufe auf den Produktparkplatz abstellen. Dann alle Produkte einscannen. Und den Produktscan einmal abschließen. Wichtig ist, dass du deine Ware am Magnetstreifen nachher entsicherst. Sobald du das getan hast, nimmst du deinen Lieferschein aus dem Drucker und der Einkauf ist für dich beendet. WIRT24 bietet dir rund um die Uhr ein bequemes Einkaufserlebnis. Den genauen Ablauf findest du zusätzlich noch unter folgendem Link. WIRT24 USA Untertitelung des ZDF, 2020